Wer von euch würde, ganz spontan entschieden, lieber Opfer sein, wer lieber Täter? Ja, Sie wissen, muss ich nächstes Jahr deinen Platz räumen. Mach das Radio mal an! Aber geil. Was ist geil? Schütz hat mir angeboten, Direktor zu werden. Ich weiß, das Leben wird dich kriegen. Kannst doch so laufen. Irgendetwas stinkt doch nicht bei Ihnen, ja? Ich rieche das. Ganz spontan entschieden. Opfer. Ich muss den Leuten in die Fresse schlagen, sagen. Täter. Und jetzt? Was war das? Erinnern Sie sich an eine Claire. Claire? Ist aber lang her. Dichten Sie schon wieder. Was ist das Problem? Jetzt steht noch mehr im Fokus. Da kommt dann alles hoch, wenn ich Pech habe. Erfolg ist die Pest. Ich meine, der Hintergrund. Der Hintergrund wird zum Vordergrund und umgekehrt. Es fühlt sich an wie Nazi und Jude in einem. Nazi und Jude? Ich weiß, dass du groß bist, aber du musst jetzt in die Anstalt. Was schützt? Ich weiß nicht, was los ist, aber Sie müssen sich jetzt zurückhalten. Heißt du eigentlich anders, Ronald? Deshalb verrate ich euch heute, ich bin ein Opfer. Ich weiß nicht, was er macht. Ich mich nicht danach IQ. Ich weiß, es nimmt ja nur was, ich bin ein Essen aus.